Wolfgang Kleff ist ein ehemaliger deutscher Fußballtorhüter. Er gewann mit Borussia Mönchengladbach in den Jahren 1970, 1971, 1975, 1976 und 1977 fünfmal die Deutsche Meisterschaft, 1973 den DFB und 1975 den UEFA-Pokal. Laufbahn Aus der elterlichen Wohnung an der Lohlbachstraße in Schwerte hatte der Schüler Wolfgang Kleff direkten Blickkontakt auf den Schützenhof des heimischen Fußballvereines VfL Schwerte. Sein Vater war dort Jugendwart und Sohn Wolfgang durchlief alle Stationen in der Jugendabteilung und machte auch seine ersten Wettkampferfahrungen beim VfL in der Seniorenmannschaft. Nach einem Jahr in der Reserveelf wurde er Stammspieler im Tor der ersten Mannschaft und zeichnete sich durch herausragende Leistungen in der Verbandsliga Westfalen aus. Insbesondere die Reaktionsfähigkeit des 1,80 m großen Keepers imponierte. Das durch Vermittlung des westfälischen Verbandstrainers Walter Ochs zustande gekommenen Probetraining bei Trainer Hennes Weisweiler führte dann zur Runde 1968 69. für den gelernten Industriekaufmann zu einem Lizenzspielervertrag beim niederrheinischen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Weisweiler verpflichtete ihn als Ersatzmann hinter dem Borussen-Torhüter Volker Dana. Die weiteren Neuzugänge Horst Köppel, Winfried Schäfer, Hartwig Bleidig, Gerd Zimmermann und Heinz Koch sollten für Konkurrenz bei den Feldspielern sorgen. Bleidig, Köppel und Schäfer gehörten 1968 69. der Stammbesetzung an. Kleff brachte es zu Neuen und Zimmermann zu zwei Einsätzen in ihrem Debütjahr in der Fußball-Bundesliga. Mönchengladbach belegte Hintermeister Bayern München und Vize-Allemannia Aachen im zweiten Jahr in Folge den dritten Rang in der Abschlusstabelle. Der Mann aus Schwerte, Nachwuchstorhüter Kleff debütierte am 5. Spieltag den 7. September 1968 beim Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Aachen in der Bundesliga. Stammtorhüter Dana hatte sich beim Aufwärmen verletzt und Kleff kam so überraschend schnell zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz. Der Ex-Amateur hatte durch das tägliche harte Profitraining gerade an die 10 Kilogramm verloren. Das Spiel endete 2 zu 2 Römi, Kleff musste danach wieder in das zweite Glied zurückrücken. Fünf Monate später, am 8. Februar 1969, kam er zu seinem zweiten Bundesliga-Einsatz, ausgerechnet wieder gegen Aachen. Ein Fingerzeig für die folgende Runde waren dann Kleffs sechs Spiele am Stück am Rundenende. Tatsächlich wurde er von Trainer Weißweiler ab seinem zweiten Jahr in Gladbach 1969, 70. zum Stammtorhüter befördert. Kleff stand in allen 34 Spielen im Tor der Fohlenelf und die Mannschaft vom Bökelberg feierte mit dem Torverhältnis von 71 zu 29 Toren den erstmaligen Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Der Torhüterwechsel war zwar nicht der alleinige Garant für die Klasse der Defensive, die Neuzugänge Ludwig Müller und Klaus-Dieter Siluf trugen. In der Innenverteidigung gehöre ich dazu bei. Aber ein Baustein zum Erfolg war die mit 2,79 bewertete Spielerbenotung des Torhüters schon. Als erste Bundesliga-Mannschaft konnte Mönchengladbach 1971 den Titel des Deutschen Meisters verteidigen. Wiederum hütete Kleff in allen 34 Ligaspielen das Tor des Titelverteidigers. Mit 77 zu 35 Toren und zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern München endete die Bundesliga-Saison. Daneben hatte Kleff im Wettbewerb des Europapokals der Meister, insbesondere im Rückspiel gegen den englischen Titel Träger FC in Wattenham 4. November 1970 im dortigen Goddessenpark seine jetzt präsente internationale Klasse unter Beweis gestellt. Er bekam nach dem unglücklichen Ausscheiden durch das 1 zu 1 Rühme nach Verlängerung im Elfmeterschießen glänzende Kritiken und wurde als Held des Abends herausgestellt. Bundestrainer Helmut Schön belohnte ihn mit der erstmaligen Berufung in die Nationalmannschaft. Beim Länderspiel am 22. Juni 1971 in Oslo gegen Norwegen kam Kleff zu seinem Nationalmannschaftsdebüt. In der Saison 1971-72 still ragten die drei dramatischen Spiele im Europapokal gegen Inter Mailand heraus. Dem Traumspiel am 20. Oktober 1971 am heimischen Bökelberg mit dem 7 zu 1 Sieg folgte leider durch das 0 zu 0 Remis am 1. Dezember 1971 in Berlin das Ausscheiden. Er gehörte 1972 dem DFB-Kader für die Europameisterschaft vom 14. bis 18. Juni in Belgien an. Die Mannschaft um Franz Beckenbauer, Günther Netzer und Gerd Müller gewann nach spielerisch eindrucksvollen Auftritten den Titel. Sepp Mayer. Kleffs großer Rivale vom FC Bayern hütete auch wie schon bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko das Tor der deutschen Mannschaft und war auch durch, den Keeper aus Mönchengladbach nicht zu verdrängen. In der Saison 1972-73 stand er im Mai 1973 mit der Weisweiler 11 in den zwei Finalspielen des UEFA-Pokal gegen den FC Liverpool. An der Enfield-Rot konnte auch er nicht die 0 zu 3 Niederlage gegen die Reds verhindern. Am 23. Juni hatte er die Gelegenheit im DFB-Pokal doch noch einen Pokal an den Niederrhein zu holen. In Düsseldorf fand das deutsche Pokal-Endspiel gegen den 1. FC Köln statt. Gladbach gewann das Spiel mit 2 zu 1 Toren nach Verlängerung. Das Finale ging als eines der besten, spielerisch hochstehendsten und spannendsten in der Geschichte dieses Wettbewerbs in die Annalen ein. Beiden Torhütern, Gerhard Welz und Kleff, wurde eine überragende Leistung zugeschrieben. In der Hinrunde der WM-Saison 1973-74, von September bis November 1973, absolvierte Kleff vier Länderspiele in Serie und kratzte damit am Sockel von Sepp Maier. Im Frühjahr der Rückserie verschob sich das Kräfteverhältnis in der Nationalmannschaft aber wieder. Meier ging in das WM-Turnier 1974 als klare Nummer 1 und der Mann von Schalke 04, Norbert Nickbo, machte Kleff sogar den zweiten Platz streitig. Mit Gladbach folgte in der Runde 1974-75 eine herausragende Runde. Mit sechs Punkten Vorsprung und dem Torverhältnis von 86 zu 40 Toren wurde die Meisterschaft errungen und Kleff hatte alle 34 Spiele absolviert. Zusätzlich errang die Mannschaft von Trainer Weisweiler mit ihrem Torhüter nach zwei Finalspielen gegen den FC Twente und schiede den UEFA-Pokal 1975. Seine Serie bei der Borussia hielt bis zum Ende der Runde 1975-76 unter dem neuen Trainer Udo Latik an. Der zwar als Spaßvogel geltende und Otto berufene Torhüter, auch seine verblüffende Ähnlichkeit mit dem seinerzeit äußerst populären Komiker Otto. Walkes trug dazu bei, war aber sehr konsequent und ehrgeizig im Trainingsbetrieb und steckte kleinere Blessuren auch unter Schmerzenweg brachte es vom 19. April 1969 bis zum 12. Juni 1976 in der Bundesliga auf 244 Spiele am Stück. Mehr als sieben Jahre stand Kleff für die Erfolgsmannschaft vom Bökelberg ohne Pause im Liga-Betrieb zwischen den Pfosten. Herausragend für den Torhüter waren 1975-76. im Europapokal der Meister auch die zwei Spiele im Viertelfinale gegen Real Madrid. Bei den Königlichen wirkten Paul Breitner und Günther Netzer mit und Schiedsrichter Leonardus van der Kroft spielte am 17. März 1976 im Bernabeu-Stadion vor 120.000 Zuschauern eine zumindest unglückliche Rolle beim Ausscheiden der Bökelbergilf. Im Vorfeld der Saison 1976-77 erlitt er eine Leistenverletzung und verlor seinen Stammplatz an den aus Wiesbaden geholten Torwart Riesen Wolfgang Kneipp. Zur Runde 1979-80 wechselte er deshalb an die Spree und wurde bei Hertha BSC wieder Stammtorhüter in der Bundesliga. Sein langjähriger Mitspieler Jupp Heynckes holte als Trainer den Routinier 1980 nochmals für zwei Jahre an den Bökelberg zurück und Otto absolvierte in der Runde 1981-82.34 Einsätze. Nach 321 Bundesliga-Einsätzen, 40 DFB-Pokal und 57 Europapack-Abspielen war für Wolfgang Kleff im Sommer 1982 endgültig Schluss in Mönchengladbach. Er beendete seine Karriere aber noch lange nicht. Es schlossen sich noch Bundesliga-Stationen bei Fortuna Düsseldorf und VfL Bochum unterbrochen durch eine Runde in der 2. Bundesliga bei Rot-Weiß Oberhausen an. In Düsseldorf hatte es der Torhüter Oldie mit den Trainern Jörg Berger und Willibert Krämer. Und als er für den verletzten Ralf Zumdick in Bochum einsprang, mit Trainer Rolf Scharfstall zu tun. Bochum belegte 1985-86 den neunten Rang und Stürmer Stefan Kunz holte sich mit 22 Treffern die Torjägerkrone. Der knapp 4-0-Jährige sprang nach Bochum sogar nochmals in der 2. Bundesliga beim FSV Samrohr ein. Am 14. Spieltag den 31. Oktober 1986 debütierte er beim 1-zu-1 Heimremi gegen Arminia Bielefeld im Tor des Tabellenschlusslichts. Die Saison endete mit Clefs Entschluss, die aktive Zeit zu beenden. Zum Ausklang spielte er jedoch noch einige Zeit bei Amateurvereinen, beispielsweise 1987 bis 1992 beim SV Strehlen. Noch als 5-4-Jähriger stand er im Jahre 2000 als Ersatztorhüter im Kader des damaligen Regionalligisten KFC Uerdingen 05. Am 9. März 2008 spielte Clef mit 61 Jahren noch einmal 35 Minuten lang für den NRW-Landesligisten FC Rheinbach gegen den TUS Oberpleis. Wolfgang Clef spielte in seiner Karriere in 433 Bundesligaspielen und 56 Spielen in der 2. Liga. Heute lebt Clef in Mönchengladbach-Reit. Erfolge deutscher Fußballmeister 1970, 1971, 1975, 1976, 1977 Deutscher Pokalsieger, 1973, UEFA Pokalsieger, 1975 Sonstiges seine Ähnlichkeit und Freundschaft mit dem deutschen Komiker und Schauspieler Otto Walkes führte zu seinem Spitznamen Otto und mehreren Auftritten in Filmen wie Otto, der Film als Friseur Herr Astrid im Jahre 1985 und in Werner Beinhardt 1990 Wolfgang Clef betreibt eine Fußballschule im Raum Mönchengladbach Wolfgang Clef betreibt eine Fußballschule im Raum Mönchengladbach-Mönchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach-Möchengladbach